hallo meine lieben hörer nachdem ich schon das video über vergebung und gerechtigkeit die wahren lehren von jesus oder die rechte backe schlägt zurück auf englisch gemacht habe zum englischen titel es ist identisch mache ich ihn jetzt nun auf deutsch das buch gibt es über amazon wie ihr hier sehen könnt als taschenbuch und kindle auch für zero wer den kindle abo hat ja ich lese die ersten ich lese die ersten seiten von dem buch so als appetizer dass ihr wisst worum es hier geht eines der großen und wichtigsten themen auch der endzeit weil tatsächlich ist es so dass ich denke der große könig aller könige sehr sauer um nicht zu sagen extrem wütend zurückkommt über die sogenannten christen weil sie ungerecht sind weil sie seine lehre verdorben haben und auch vor allem seine lehre zur vergebung und seinen großen gerechtigkeit sind den er hat und da braucht sich keiner was vormachen er hat gesagt das urteil ist schon gesprochen und das gilt für alle für diese heuchlerkirchen für das was sie alles verdreht haben an falscher lehre bringen fast jeden sonntag meiner erfahrung nach sind fast 50 prozent aller predigten inhaltlich theologisch völlig falsch ich könnte sie zerfetzen inzwischen wer meine videos kennt weiß dass ich mich sehr sehr eingearbeitet habe sogar ins griechische und hebräische weil irgendwann mein intellekt reingekickt hat und ich mir gesagt habe also sorry das kann alles nicht mehr sein entweder ist gott völlig gaga schizophren und unlogisch oder irgendwas stimmt hier nicht und dann habe ich angefangen zu suchen jahrzehntelang fast jetzt über ein jahrzehnt lang genau und was ich gefunden habe bringe ich euch hier auch in diesem buch in kondensierter form und ich bitte euch wenn ihr das zitiert gebt mir und dadurch ihm die ehre weil er hat mich arbeiten lassen wie verrückt und es ist wirklich wahnsinnig viel geld und zeit da rein geflossen das ist eines der weiteren punkte die meisten christen sind furchtbare diebe sie geben den leuten von denen sie das haben was sie am sonntag so lehren nicht die ehre und tun so als hätten sie das selber alles herausgefunden das ist gehört zum großen gebot des diebstahls ich bemühe mich auch das nicht zu machen man kann sich zwar nicht immer merken woher man was hat aber ich denke mal dieses buch ist so knallend ihr werdet wenn ihr das lest so derart aufwachen und wirklich kapieren wer jesus ist und was er mit vergebung gemeint hat und das ja das merkt man sich denke ich genau ich sage euch kurz den inhalt von diesem buch das inhaltsverzeichnis erst mal die ein vorwort das es schon mal sehr in sich hat dann die das thema die praxis in christlichen gemeinden und familien täter opfer vergebung getur heuchelei dann selbsttest ist drin den solltet ihr wirklich allein für den selbsttest solltet ihr das buch wirklich kaufen der ist richtig gut und es zeigt wie schizophren das alles inzwischen geworden ist und den könnt ihr auch mit der eigenen familie machen oder eben auch mit den pastorenleitern bischöfen was auch immer euch da vor der nase sitzt ja also dieser selbsttest wirklich der wird da würdet ihr schon einiges vielleicht kapieren dann der echte jesus das kapitel kann ich euch sagen das klingt einfach aber das hat in sich ihr werdet euch wird die hirndecke heben und zwar richtig hoch in den himmel das habt ihr noch nie gehört und ehrlich so wird es auch nicht gelehrt weil dieser jesus der in echt war ja der ist viel zu souverän und der wird in den kirchen nicht gelehrt gelehrt wird dieser affen liebe trottel jesus der nur sagt ja und amen zu alle mir und ich vergebe dir leute den gibt es nicht könnt ihr knicken was ist vergebung begriffliche klärung auch interessant ein bisschen kopflastiger vergebung ein alttestamentarisches prinzip das also absolut nichts neutestamentarisches und da gehe ich ein drauf was die torah zur vergebung lehrt weil darauf setzt jesus an das ist super interessantes kapitel das solltet ihr wissen dann das was oft gebracht wird von fake pastoren und fake christen die sieben mal 70 mal die jesus da dem petrus an den kopf wirft und so wird getan als ob vergebung freibrief wäre ja das heißt aber nicht ja so und da gehen wir mal richtig in die exegese und schauen was das bedeutet so dass ihr ausgerüstet seid mit der echten rüstung und da habt ihr ein schwert in der hand mit diesem kapitel allein mit dem ihr allen pseudo christen mit ihrem vergebungs zirkus der völlig unbiblisch und ungöttlich ist mal richtig eins geben könnt dann punching bar christen oder die blutige rechte backe genau das ist ja auch im titel und das ist wirklich also bitte tippt du mir den gefallen dass ihr wenn ihr das buch kauft lest von vorne ran ja es wird immer tougher und ich muss euch da rein führen dürfen lest es bitte chronologisch so wie ich es geschrieben habe ich glaube der aufbau ist ziemlich gut geworden der gottesgeist hat mir da auch wirklich geholfen ich habe bei manchen kapiteln wirklich das gefühl gehabt dass ich eingetunkt bin total in seinen geist und hatte auch das gefühl dass er wirklich froh ist dass jemand endlich mal sich dafür zeit nimmt und das richtig richtig hart nachrecherchiert und sucht und auch dann weiter gibt es vergebung ist kein muss dinge die vergeben werden können ja die gibt es auch die begnadigte ehebrecherin und die sünde ist egal no 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 never ever wie sieht echtes christliches verhalten aus nicht so wie in den kirchen auch die freikirchen es ist geheuchle soweit man gucken kann falsche lehre es ist ein graus stoppt die christliche heuchelei und das bestrafen von opfern werdet echt und gerecht das ist das letzte kapitel so soweit mal dazu und ich weiß nicht ob das video schon zu lang ist oder ob ich noch ein zwei seiten vom vorwort lesen kann ich gehe mal zurück auf die ausgangsseite so genau also ich fange da mal an mit dem vorwort also ich lese ab jetzt wurdest du schon einmal von einem christen beleidigt oder ungerecht vorgeführt und hast nur dazu gelächelt und ist dir gefallen lassen weil du ja christlich sein wolltest weil man ja vergeben muss und dabei die rechte wange auch noch hin halten soll und sich auf jeden fall selbst hinten anstellen muss und niemand und von den christen um dich herum und die dabei waren haben dem unverschämten typ in die grenzen gewesen oder dich gar verteidigt ja das ist irgendwie typisch hast du schon einmal eine unverschämtheit oder lüge einfach stehen lassen ohne dich zu wehren hast du schon einmal von einem christen oder gar von einem pfarrer pastor oder so gesagt bekommen du solltest einfach vergeben gibt es echte üble sünden anderer gegen dich wie betrug die diebstahl rufmord lügen missbrauch und so weiter die dich innerlich auffressen die du aber nicht thematisieren und ansprechen darfst oder sollst weil du sonst als schlechter christ oder womöglich als unvergebend oder nachtragend gilt ja schon lange wollte ich dieses buch schreiben doch anderes hatte immer vorrang durch ein neuerlich tatsächlich sogar wieder einmal typisch christlich heuchlerisches vorkommnis das mir wirklich weh getan hatte doch eine christliche frau von der ich dachte sie wäre meine freundin hat mich jesus nun buchstäblich fast gezwungen ich konnte einfach nicht mehr anders endlich dieses heikle thema vergebung in angriff zu nehmen schriftstellerisch dass ich für mich selbst längst geklärt hatte anhand der bibel und darüber zu schreiben da ich durch dieses neuerliche vorkommnis deutlich merkte wie verpeilt solche als christen sozialisierten menschen sind die selbstgerecht und beleidigend sie mit ihrer falschen bibelauslegung und sogar mit den worten des herrn selber buchstäblich um sich schlagen und wie ungerecht da war das fass bei mir dann nach jahrzehnten voller christlicher irrlehren und übergriffe dann endgültig voll dass er mich das jetzt schreiben lässt heißt für mich auch dass der herr dieses thema für die endzeit als enorm wichtig einschätzt und es unter anderem doch dieses buch endlich gerade rücken will einschub das buch ist wirklich einzigartig weltweit deswegen habe ich auch auf englisch geschrieben wenn ich geld genug hätte würde ich das 10.000 stück davon an alle kirchen verschicken ehrlich gesagt einschub ende da ich nicht nur seit über 30 jahren neu geboren bin sondern auch viel lebenserfahrung und erfahrung in diversen gemeinden und vielen unterschiedlichen menschen und christen habe und viel in den schriften forsche und mich als studierte philologin auch noch in den urtexten und apokryphen ganz gut auskenne und auch noch einige psychologische ausbildungen habe und mit über 20.000 menschen gearbeitet habe in meinem beruf als trainerin coach beraterin und so weiter bin ich dazu wahrscheinlich weitaus besser qualifiziert als die meisten christlichen prediger redner älteste und so weiter denn oft wird das ganze rund um vergebung als ein muss dargestellt und fast schon als freibericht behandelt für die bösen kalten irrlehre und artisten und so weiter die diese falsche christliche vergebungslehre eiskalt ausnutzen für sich selbst auch zuweilen als leiter und täter diese idioten vergebungslehre ist halt einfach so bequem da muss man nicht wirklich drüber nachdenken besonders schlau oder intelligent muss man dabei auch nicht sein einfach zu sagen du musst einfach vergeben das kriegt nun wirklich jeder hin das kann man auch einem papagei beibringen unter dem affen auch deswegen kann hin zum kunstpastor werden oder leiter oder kinder unterrichten oder eine gemeinde aufbauen und leiten gerade und vor allem in den usa aber auch in deutschland das ist so bequem egal wenn es ungerecht ist gar wurscht gerechtigkeit ist für die meisten christen nämlich zu einem schimpfwort geworden weil sie und ihre leiter der bequemen paulus lehre und seinem evangelium so sagt er es tatsächlich mehr glauben als den lehren von jesus und seinen echten aposteln denen also die seine echten lehren und taten hörten und sahen von anfang an deswegen hatte auch nur diese zwölf zu aposteln erhöht es gibt sonst noch missionare evangelisten prediger etc aber keine aber echte apostel gab es nur zwölf sie auch die stühle im himmel gerade introvertierte und menschen und schwache werden vergebungstechnisch in vielen gemeinden und von egoistischen und oft extrovertierten pseudo christen regelrecht emotional missbraucht und manchmal nicht nur emotional zudem verdrehen und missinterpretieren diese personen die schrift nach gut dünken und schlagen sogar damit blind und unbarmherzig um sich nur um vor sich selbst gut dazustehen am liebsten möchte man solchen menschen diese scharfe waffe ganz wegnehmen sie können damit nicht umgehen und verletzen sich und andere damit das wird auch bei denen dann sicher im thema ein thema in deren endgericht werden kirchen gemeinden pfarrer pastoren älteste leiter etc die so etwas zulassen und selbst machen sollten sich in grund und boden schämen für all diejenigen die mit mir unter diesem verlogenen heuchlerischen und daher teuflischen vergebungsgetue leiden und ja es ist teuflisch schreibe ich dieses buch ihr könnt es dann gerne auch den oben beschriebenen kalten an den kopf werfen vielleicht kriegen die dann wenigstens mal wieder was mit wenn es weh tut denn bei einigen davon hilft nur noch eine roskur der holzhammer sonst landen die eventuell sogar da wo es heiß ist womöglich zusammen mit ihren falschen lehren und lehren und denen die das dulden und gut heißen ja deswegen können gerade diese christen nun froh sein dass sie ab nun dieses buch haben und so noch buße tun können sich korrigieren und wieder gut machen können das alles womöglich öffentlich darunter wird man als leiter irgendeine art sicher nicht davon kommen so das sind die ersten drei seiten es geht noch weiter im vorwort ihr könnt auch bei kindle noch ein bisschen weiter reinlesen ja und ich würde mich freuen wenn ihr das buch tüchtig kauft ist an alle verschenkt die ihr habt wie gesagt ich habe es schon ein paar mal verschenkt die leute sind leider sehr lesfaul ob ich dazu komme das als hörbuch noch zu machen weiß ich nicht aber auf jeden fall ja ich hoffe es dient euch ich hoffe ihr werdet gerade dadurch in seiner gerechtigkeit und in echter vergebung nicht diesen dummen vergebungs zirkus der gerade so zelebriert wird ja ich wünsche euch alles gute kommt zur wahrheit nur die wahrheit macht uns frei sonst nix alles gute ciao